Leute, heute reagieren Dr. Banks und Arthur Vellina auf TikToks, die viel zu realistisch sind. Ben? Ja, hi. Hi! Hallo. Bist du ready, Bob's a Betty? Bist du ready? Ja, let's go. Mein Kraft in 20k. Ja, was geht. Oha. Gibt mir aber ziemlich normal aus. Ja, aber da kommt doch der Switch. Da kommt, oh, jetzt erstmal FOV-Kunter, weil das ändert natürlich alles. Oh! Das ist zwar so ein 2-Euro-Text-Apäck. Okay, der nächste. Okay, weiter geht's. Wow! Ein real-life Minecraft-Haus. Wow, das sieht real-life. Mit Bugatti. Okay, das sieht krass aus. Mit Bugatti? Ist das eine Animation oder ist das Minecraft-Earth oder sowas? Das ist voll die Animation. Guck mal, wie komisch die mit der Kamera wackelt. Ja, das heißt, kein echtes Haus ist es mir auch klar, Elida. Da wohnt Ben. Das ist Bens Haus. Nein, du liegt. Ah. Maler hier am Start. Bin ich. Das ist mein TikTok. Ich bin Vicky. Hä? Vicky? Hä, aber guck mal, wie echt es aussieht. Du hast schon das älter Bär nicht echt Sinn, oder? Ja, aber das sieht doch... Ah, guck dir mal. Ja, aber das war doch gar nicht fertig, oder? Das sieht voll aus wie eine Murmel. Ja, ich finde, da fehlt noch richtig etwas. Ist also sehr schlecht geworden, Vicky. Ich würde ganz dringend noch mal raten. Du musst Pause drücken. Ja? Pause! Das ist nicht der richtige Farbton, ne? Aber das sieht schon, ja. Ja, ich finde, da fehlt noch ein bisschen Gelb. Ja, Vicky, also keine Ahnung. Ich hätte das besser gekonnt. Da musst du doch mal üben, wollte ich. Dann musst du noch mal ein bisschen in Kunstunterricht gehen, so. Oh. Minecraft. Hey, warte. Können wir noch mal zurückspulen? Guck dir das Zimmer mal an. Ja. Das sieht doch voll insane aus. So sieht Ben Spoodle übrigens von innen aus. Hä? Da sind doch Blumen oben dran. Nee, warte. Mach weiter. Ja, ich muss doch... Ich muss doch wissen, wie das hier aussieht. Ja, aber wenn du das Original nicht kennst, dann kannst du es ja gar nicht bewerten. Dann das sehe ich doch gleich. Ja, aber das ist ja nicht das Original. Das ist ja von ihr. Ja, so perfekt getroffen. Okay, dann muss ich googeln. Wie heißt denn das? Ich habe es auch. Ich habe es auch. Aber das ist noch nicht so... Also machen wir weiter. Ich glaube, es passiert auch nicht. Hier, ich halte es gerade in die Kamera, wenn... Ist halt schwarz da an manchen Stellen. Aber ansonsten ist es gut getroffen. Für mich auch gut. Das Animation. Ist das... Nee, das ist echt? Nee, das ist Animation. Das ist Animation. Aber es gibt solche Dinge auch in echt. So Magnetbälle. Das ist cool. Aber da bräuchte man auf jeden Fall eine Menge Magnetbälle. Wieder ein Maler. Ach, wieder Vicky. Das ist wieder Vicky. Vicky am Start. Vielleicht hat es das jetzt... Oh, Portal. Portal am Ende. Ja, das hat sie besser hinbekommen. Wow, hä? Woher? Macht die das mit einem iPad? Ich glaube schon. Aber das machen Grafiker so. Du kannst an so einem iPad übelst rasieren. Ohne Witz. Da kann man nicht nur Clash of Clans drauf spielen. Voll krass, Alter. Das hat Vicky gut gemacht. Die Enderperle leider nicht so. Minecraft, aber es ist... Ey, das sieht voll eklig aus irgendwie. Ja, das hatten wir auch schon in dem Video, Elina, bei mir. Da hat es ja gar nichts. Ja, das kostet aber Geld, ne? Da hatten wir sogar schönere... Ey, guck mal an, wie eklig der Redstone-Bocker sieht. Ja, das ist aber die TikTok-Qualität. Ja. Da hatten wir schönere Sachen schon. Ne, das sieht scheiße aus. Ne, da habe ich schon Besseres gesehen. It's basically real life. Das warst du, Elina. Das war ich, das war ich. Oh, das ist cool. Mit Fallen? Einfach besser als Minecraft. Ja, okay, das mit den Bäumen ist cool, aber das Schwimmen war richtig low. Ja, das ist... Na gut, das geht's. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Die Mod hatten wir auch schon. Ja, ja, die kennen wir. Die hatten wir. Ja, die fand ich auch damals richtig cool. Ach, du hast die auch... Was, Elina? Die hast du immer übel gehatet, die Mod. Nee. Das weiß ich doch ganz genau, weil du meintest, man läuft da so richtig dumm. Ich fand sie lustig. Ja, okay. Hier kann man Fotos machen. Oh, das ist cool. Kameramod. Back, die hatten wir auch schon. Die hatten wir auch schon. Wir sind voll die Veteranen. Wir hätten solche TikToks... Hä, was ist das denn? Das ist ein richtiger Rucksack gewesen. Hä, den kann man so richtig abstellen. Gewesen. Gewesen. Okay, das war... Den Rucksack habe ich noch nicht gesehen. Oh, der sieht krass aus. Kann man das richtig lesen? Boah, das kann man lesen. Okay, das sieht wack aus. Das da war schon wack. Da war der ganz Slenderman. Ja. Kommt der noch? Iiiiih. Das ist übelst der... Curl. Ach, das ist ein Enderman. Junge, ey, der sieht übel eklig aus, irgendwie. Der war richtig eklig. Guck ihn dir an. Ach nee, können wir grad nicht. So. Junge, ey, guck dir ihn an. So, mein Spiel ist jetzt zu explodieren, weil, Bro, schau mal an diese Texturen. Hatten wir das schon mal? Hatten wir das schon... Hatten wir die Texture Pack schon mal? Ja, es gibt ja mehrere. Kannst du haben, Helena, kannst du haben. Weiß ich nicht. Oh. Hast du das Buch gesehen? Ja, ich hab auch. So richtig. Oh, das sieht cool aus. Ja. Ja, aber das hatten wir halt auch schon hier. Das ist alles hier altbacken. Aber nicht mit Crimson. Wir hatten das nicht mit Crimson. Das gab's da noch nicht, glaube ich. Gab's auch nicht, ne. Lol. Jetzt kann man hier endlich auch mal sehen, dass da wirklich Diamanten in dem Tisch drin sind. Das hab ich... Da sind Diamanten drin? Ja. Das hab ich davor noch nie gecheckt. No joke. Siehst du das nicht unten links hier? Doch, klar. Lol. Das Bücherregal, das ist ein Bücherregal. Nee, das find ich hässlich. Der, das ist auch anders hässlich. Das, äh... Nein, nein. Okay, Gold geht fit. Gold ist cool. Ja, Gold ist cool. Eisenhacke. Ob Sie die haben ist cool. Ob Sie die haben. Oh, nix. Die ist groß so. Nee, nein, 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 nein. Ja, Gold geht, Eisen geht auch, find ich. Okay, das ist absolut hässlich. Alter, sei der Blech übel. Lol, das ist der... Einmal gecrashed. Der hat einfach mein Computer. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich mein, guck ihn dir an. Er sieht aus wie einer von diesen Dingern, die manchmal vor irgendwelchen Läden stehen und dann so rumwackeln im Wind. Siehst du jetzt nicht so wie ein gefährlicher... Ja, soll ich die so puppen, ey? Nicht wie ein gefährlicher Enderman. Iiiiih. Iiiih. Äh. Das ist nicht so meins. Nee, spinnen kannst du. Das beste Texture Pack. Allerzeit. Lego oder was? Das hatten wir auch so lustigerweise. Ach ja, stimmt. Ja, auch schon. Oh mein Gott, wir kennen ja einfach alles. Das ist quasi viel, wie wir es schon hatten, ne? Ja. Das sieht cool aus. Das sieht richtig schön aus. Das ist aber nicht exakt das, was wir hatten, glaube ich. Nee, es ist irgendwie anders. Aber es sieht sehr ähnlich aus. Das ist gut animiert. Stell dir vor, es gäbe so ein Texture Pack. Das wäre insane. Boah, das sieht krass. Das ist aber animiert, oder? Oder ist ein anderes Spiel? Nee, das ist ein anderes Spiel. Safe. Ja, das kannst du... Ist das GTA, maybe? Hab ich auch gerade überlegt, aber... Weißt du nicht, kann sein. Aber könnten auch andere... Ja, das ist safe. Aber guck dir mal das 2009 an, wie die da laufen. Hä? Ist das echt? Das ist ja nicht echt, oder? Nee, die liefen damals nicht so... Die sind da nicht so komisch gelaufen. Oha. Das kenne ich. Das ist eine Animation. Hopp. Okay, die Animation war ein bisschen wack. Du Hater. Bin ein Hater, ja. Kann das besser. Ich hätte das besser gemacht. Okay. Ah, realistisch. So ein Slider. Boah. Hm, ja. Wie teuer wäre so eine Spitz... So eine echte Diamantspitzhacke, Nina. Wie teuer wäre das? Echte Diamantspitz... Boah, das sah krass aus. Eine echte Diamantspitzhacke kostet. Naja. Den kennt man schon. Der ist ein Klassiker. Da kommt aber noch mehr. Boah, boah. Das kenne ich ja auch schon, bin Profi. Boah. Die Lava war grad voll hell irgendwie. Ja, die ist übel hell. Realistisches Brot. Guck mal, schon wieder wahrscheinlich mit dem iPad gemacht, ne? Ist voll krass. Ja. Jetzt hat er realistisch. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Was macht der da? Ein Bauhack oder so, ne? Ist das aber animiert? Das sieht irgendwie voll animiert aus. Nein, das kommt einfach mit Shade, oder? Ja, aber warum bewegt er sich so komisch? Das ist so übel herangesugt, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Was braucht denn der? Sieht voll komisch aus. Ach so, ein Whirlpool. Nee. Du nicht. Aquarium, oder? Infinity Pool. Ah, ein Aquarium. Äh, sieht übel cool aus. Loll. Das sah voll nice aus. Da muss man nur die RTX anmachen, Leute. Ganz klar. Wenn das so leicht wäre. Das ist so eine Lüge. Ich habe so viel Zeit investiert. Nee, eigentlich nicht. Aber trotzdem, ich habe versucht, mal sowas zum Laufen zu bringen. Aber ich glaube, das ist einfach alles an mir. Wir haben RTX schon gezockt. Ja. Hä? Das haben wir auch schon mal gezockt, oder? Dass ich das so verbinde, ist ein Optifine-Feature, glaube ich. Das ist ganz normal. Das haben wir immer. Das ist nur die Aktivitätstandard. Oh, nice. Oh, das ist die Gruppe. Ist das Minecraft? Nee, ist animiert. Oh, ich dachte, der zerbricht. Okay, die Lava geht so. Das sieht übrigens skafft aus. Oh Gott, was er denn? Das Skelett. Das Skelette sind einfach Abfucker, ist so. Wir stehen auf dieses 2009. Junge. Das ist aber... Das ist GTA wahrscheinlich. Das ist genau derselbe Clip außerdem. Nee. GTA 5 ist was. Der war ein bisschen anders. Das ist Minecraft-Mod in GTA 5. Oh, guck mal nochmal. Minecraft 2009. Kommt jetzt wieder GTA? Ja. Juda. Ah, aber neuer Clip. Ja, das ist safe GTA. So wie der Tritt. Ja. Junge. Voll cool. Skelett. Das ist sowas von fake. Das Skelett hätte ich schon längst gekillt. Das hat übel rumgenervt. Das würde außerdem brennen, weil Tag ist. Ja. Ach so, lol. Das ist... Manchmal checke ich selber gar nicht, wenn Videos von vorne anfangen. Ultrarealistische Lava. Guck mal, der Eisengolem wird richtig heiß. Weil er aus Eisen ist. Ich habe heute mein Bügeleisen angelassen. Wie random. Hä? Guck mal, wie cool das wechselt. Ich finde sie geil, als dieser Ghost Knight richtig motiviert. Und da jedes dieser TikToks schreibt. Ich hoffe, das passiert nicht. Das würde Minecraft zerstören. Ich dachte, der habe mich jetzt schon zum vierten Mal gelesen. Er ist richtig motivierter TikTok Grinder. Was ist das? Mit einer Axt? Nein. Hä? Da kennt jemand Minecraft aber nicht. Oh. Oh. Hä? Aber wie macht er das, dass der eine Honey echt aussieht, aber der andere Honig so? Dann geht das in Animation. Oder? Ja, okay. Das ist ziemlich sicher eine Animation. Das ist aber... Das ist nicht echt. Das ist nicht echt. Das ist aber voll cool. Oder? Hä? Vielleicht ist es doch echt, aber ich glaube... Nein, das kann ich echt so... Nein, okay. Okay, spätestens ab hier. Spätestens ab hier. Da war Schluss. Deswegen habe ich jetzt die Kamera gebrochen, Liga. Das war original bei TikTok. Okay, Leute. Das war es mit der heutigen Reaction. Schreibt in die Kommentare, welcher TikTok ihr am besten fandet. Das war ein geiler Satz. Vielen Dank an Ben fürs Mitmachen. Und hauen sie rein, Leute. Tschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020